Na schön, also hi, hau und herzlich willkommen zu einem 3-Tart-Video. Also, es ist mir die Idee, dass es mir nicht so gut ist, wenn ich erst diese Art ein Video drehe. Ja, es funktioniert so nicht, weil ihr versteht mich, glaube ich, so ganz schwer. Und ich verstehe, und ich bin ja gesagt, ja, nicht so gut darin, das besser zu machen. Und ja, wie heißt es so schön? Jetzt funktioniert das der Hirn ein bisschen und ich kann besser denken. Also, das funktioniert der Mund nicht. Und nächste Woche funktioniert dann das Mund nicht, aber das wird auch das Hirn nicht. Jetzt ist doch ein bisschen doof. Ja, auf jeden Fall habe ich nicht daran gedacht, dass das ja dann so ist. Da dachte ich, ich drehe jetzt noch drei Videos, zwar. Aber ich merke gerade, das macht nicht so viel Sinn. Es ist nicht so schön. Ja, also ich würde sagen, ist das Ende des Video hier. Ja, natürlich, dass ich euch das Knödel-Video von Mittag zugezumutet habe. Aber es dient halt nicht. Ja. Gut, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche zum Wochenende. Treibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so macht. Ihr könnt mich auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder jemanden selbst und schreibt mir das Auto zockern. Wir sehen und dann, bis dann, tschüss.